BITE BACK, der radikale Tierbefreiungspodcast. Und damit herzlich willkommen bei BITE BACK, dem radikalen Tierbefreiungspodcast von und mit den TierbefreierInnen Leipzig. Und das sind in dem Fall vier liebe Menschen, mit denen ich hier an einem Tisch sitze. Und wir wollten den Podcast damit anfangen, dass wir uns alle mal ein bisschen vorstellen, nur so ein paar Sätze zu uns sagen. Und mehr über uns werdet ihr dann bestimmt in den nächsten Folgen noch erfahren. Ich kann ja gleich mal damit anfangen. Mein Name ist Miffi, ich bin seit ungefähr zwei Jahren, vielleicht ein bisschen länger schon, bei den TierbefreierInnen Leipzig mit dabei. Eigentlich studiere ich gerade im künstlerischen Bereich und ansonsten macht es mir gerade sehr viel Spaß, aktivistisch tätig zu sein. Ja, genau. Ich würde mal weitergeben. Ja, hallo auch von mir. Ich bin Alma. Ich bin seit letztem Jahr Winter bei den TierbefreierInnen dabei. Und habe ziemlich zeitgleich mit dem Anfang bei den TierbefreierInnen auch angefangen zu arbeiten als Wissenschaftlerin. Und habe dann gedacht, dass es irgendwie schön wäre, da noch so einen Ausgleich dazu zu haben und irgendwie aktiv zu sein. Und habe dadurch die TierbefreierInnen gefunden und bin da auch ziemlich happy damit. Ja, und bin froh, heute hier den Podcast mit aufzunehmen. Ja, hallo, hier ist Wolfer. Ich bin jetzt so seit noch nicht ganz anderthalb Jahren bei den TierbefreierInnen dabei. Ich mache gerade so in unterschiedlichen Kontexten Aktivismus, hauptsächlich so im Tierbefreiungskontext. Ansonsten habe ich auch mal Philosophie studiert und deswegen auch bisher einen eher theoretischen Zugang zum Thema gehabt. Aber seitdem ich zum Beispiel bei den TierbefreierInnen bin, bin ich dann jetzt auch mehr so praktisch aktivistisch unterwegs. Ja, hallo, ich bin Brida. Ich bin so seit einem knappen Jahr bei TB dabei. Ich bin auch im künstlerischen Bereich tätig, wie mir viel und mache nebenbei noch Aktivismus. Ja, also ich komme eigentlich eher so vom Umwelt-Klima-Aktivismus und wollte mich dann aber noch spezialisieren und also wirklich bei TB-Frage mitmachen. Ja, voll cool. Vielleicht ist es auch wichtig dazu zu sagen, dass das jetzt unser erster Podcast ist und der natürlich auch unter schwierigen Umständen aufgenommen wird. Wir tragen hier alle Maske und müssen natürlich den Abstand einhalten wegen der ganzen Corona-Sache. Und deswegen kann es sein, dass die Qualität vielleicht noch nicht so ganz so super ist. Wir geben uns aber auf jeden Fall Mühe und sind auch total happy, wenn ihr uns Feedback gebt oder irgendwie Kritik oder Vorschläge. Ja, da sind wir auf jeden Fall immer total dankbar drüber. Also scheut euch nicht, uns irgendwie nette Kommentare zu schreiben, aber gerne auch kritische Kommentare. Aber vielleicht lieber nette. Seid ein bisschen nachsichtig mit uns. Wir sind auch keine ExpertInnen auf dem Gebiet. Vielleicht dadurch so ein bisschen, also wir haben vielleicht schon so ein bisschen Erfahrung dadurch, dass wir jetzt unterschiedlich lang schon in so politischen Diskursen aktiv sind. Aber natürlich wissen wir nicht alles und sind da auch bereit, ganz viel dazu zu lernen. Wir haben uns überlegt, für die erste Folge damit anzufangen, uns vielleicht erst mal sozusagen als Gruppe vorzustellen, als TierbefreierInnen und euch zu erzählen, was wir so machen. Und dazu haben wir verschiedene Fragen, die wir heute beantworten wollen. Einige von den Fragen stammen aus einem Interview, was wir schon mal im Sommer mit Radio Blau geführt haben, wo sich verschiedene Leipziger linke Gruppen vorgestellt haben. Und deren Fragen haben wir jetzt nochmal aufgegriffen, weil das Radiointerview leider nicht mehr online zur Verfügung steht. Und wir haben außerdem bei Instagram eine kleine Umfrage gemacht und euch gefragt, was euch noch so interessieren würde. Und daher stammen auch noch ein paar Fragen und wir hoffen, ihr könnt dadurch erst mal schon mal einen ersten Eindruck bekommen, mit wem ihr das hier so im Podcast zu tun habt, damit wir dann in den nächsten Folgen auch inhaltlicher werden können. Für die nächsten Folgen haben wir uns auch schon so ganz grob überlegt, was da Themen sein könnten, die wir interessant finden und ihr hoffentlich auch. Und wir haben uns dabei überlegt, uns vielleicht ein bisschen an dem Magazin Die Tierbefreiung zu orientieren, wo schon viele spannende Themen in den Zusammenhang mit Tierbefreiung gesetzt wurden. Zum Beispiel Feminismus und Tierbefreiung oder Antifa und Tierbefreiung und wie diese Themen immer so zusammenpassen. Also wir sind immer voll dafür, so Kämpfe zu verbinden und finden, das sind eigentlich auch ziemlich spannende Themen in dem Zusammenhang. Was ich außerdem letztens noch gesagt hatte, was ich ganz spannend finde, ist so Fast Fashion Industrie und Tierbefreiung und wie das vielleicht sich sozusagen über den Verkauf und die Verarbeitung von Pelz und Leder und so weiter hinaus auf Tiere noch auswirken könnte. Genau, solche Sachen. Fällt euch dazu noch irgendein Thema ein? Ja, ich würde auch voll gern eine Folge über direkte Aktionen machen zum Beispiel. Ich glaube, da kommt jetzt noch eine Frage auf jeden Fall, beziehungsweise da kriegen wir immer ganz viele Fragen dazu, weil Tierbefreiung natürlich schon so klingt. Da fände ich es ganz wichtig, eine Folge noch dazu zu machen. Und außerdem zum Beispiel Anarchismus und Tierbefreiung. Das ist in meinen Augen sehr miteinander verknüpft. Und Herrschaftskritik generell. Ja, da wäre es total spannend, so eine Folge darüber auszubringen. Dann würde ich vielleicht mal mit der ersten Frage beginnen. Wir würden zuerst die Fragen von dem Radiointerview hier beantworten und danach sagen wir doch mal, wenn die Instagram-Fragen kommen. Ihr könnt uns auch gern immer weiter und immer mehr Fragen bei Instagram schicken. Die beantworten wir dann sehr, sehr gern. Die erste Frage wäre, was macht ihr als Ortsgruppe Leipzig? Genau, dafür wäre es vielleicht erst nochmal gut zu sagen, wieso wir eine Ortsgruppe sind. Es gibt den Verein Tierbefreier e.V. und der hat verschiedene Ortsgruppen und davon eben auch eine in Leipzig. Und letztendlich geht es in unserer Ortsgruppe um Tierbefreiung, aber sozusagen eher im gesellschaftlichen Kontext. Ja genau, also so als Ortsgruppe verstehen wir unseren Aktivismus so, dass wir hauptsächlich so Aufklärungsarbeit machen wollen. Also wir wollen zeigen, warum es schlecht ist, nichtmenschliche Tiere zu unterdrücken und auszubeuten. Und unser Anspruch ist eine gesellschaftliche Tierbefreiung, was halt bedeutet, dass wir eine Gesellschaft wollen, in der Tiere nicht mehr unterdrückt und ausgebeutet werden. Und deswegen versuchen wir halt so Herrschaftsstrukturen als Ganzes aufzudecken und dagegen vorzugehen. Dafür machen wir dann zum Beispiel Demos, Kundgebungen vor Zirkussen, vorm Zoo, vor der Rennbahn. Oder wir haben uns jetzt gerade auch beim Leipziger Klimastreik beteiligt, weil das Klimathema natürlich auch aus Tierbefreiungsperspektive voll relevant ist, weil halt ein ganz großer Anteil von Treibhausgasen aus der Tierindustrie kommt. Und deswegen sehen wir da auch große Überschneidungen. Bei unseren Aktionen haben wir dann auch relativ oft so einen lokalen Leipzig-Bezug. Und ja, machen dann halt, wie Wolfer gerade schon gesagt hat, halt entweder bei den Klimastreikken in Leipzig mit den Fridays for Future-Gruppen zusammen oder beim feministischen Kampftag zum Beispiel. Oder wenn die Rennbahn mal wieder Pferderennen veranstaltet oder Zirkusse in der Stadt sind. Oder ja, leider ist die Ausbeutung von Tieren und anderen unterdrückten Gruppen allgegenwärtig. Deswegen gibt es immer eine Menge Aktionsbedarf. Okay, die nächste Frage wäre dann, wo kann man euch finden oder wo kann man uns finden? Also man kann uns im Internet auf so gut wie allen Social-Media-Plattformen finden und auf unserem Blog unter die Tierbefreie in Leipzig. Genau, also wir sind auf Insta, YouTube, Facebook und Mastodon. Und wir haben auch ein paar interessante Vorträge, zum Beispiel auf YouTube. Und Veranstaltungen auf einer Plena teilen wir auch über die vegane-leipzig.de-Seite. Ja, ich glaube, wir sind leider auf den ganzen Plattformen ein bisschen unterschiedlich aktiv. Zum Beispiel posten wir gerade relativ viel auf Instagram, während Facebook so ein bisschen einschläft, habe ich das Gefühl. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir verschiedene Mandate immer haben und die Social-Media-Menschen deswegen immer unterschiedlich sind und nicht eine Person alle Kanäle irgendwie bedient. Und je nach Kapazität sieht das dann bei manchen Leuten natürlich so ein bisschen schlechter aus, immer was zu posten und regelmäßig Updates zu geben. Das ist ja dann auch schon relativ viel Arbeit nochmal. Deswegen sind wir, glaube ich, gerade nicht überall gleich viel aktiv. Aber theoretisch könnt ihr uns überall erreichen, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt. Und Facebook ist doch eh out. Also, das ist doch gar nicht schlimm, dass wir da nicht mehr so präsent. Denke ich halt auch. Wer ist denn doch auf Facebook? Ziemlich sicher ist auch irgendwas von diesen Sachen gerade unter dem Podcast, den ihr anhört, verlinkt. Also, genau, da könnt ihr es bestimmt auch einfach nochmal anklicken und euch aussuchen, wo ihr gerne unterwegs seid. Dann kommen wir zu unserer nächsten Frage. Und zwar, wie kam es zur Gründung unserer Ortsgruppe? Ja, zuerst hat sich ja der Verein, den einmal vorhin schon mal angesprochen hat, gegründet. Das war 1997. Und der ging aus dem Bundesverband der TierbefreierInnen hervor, der sich bereits 1985 gegründet hat. Und im Gegensatz zu Tierschutzverein nicht für eine Verringerung von tierlichen Leid, sondern für eine Beendigung eingesetzt hat. Und dann gab es auch schon die Zeitung, die Tierbefreiung. Und in der Zeitung wurden dann auch immer Aktionen veröffentlicht und halt über Tierbefreiungsarbeit aufgeklärt. Und ich denke, alle, die hier sitzen, waren nicht dabei, als sich die Ortsgruppe in Leipzig gegründet hat. Ich habe ein bisschen recherchiert und die hat sich wohl 2013, im April 2013 gegründet. Und da gibt es auch noch auf der Internetseite von uns den ersten Eintrag, wo ein kleiner Text zur Neugründung steht. Und da auch schon steht, auch in der veganen Hauptstadt Leipzig ist Tierausbeutung allgegenwärtig. Und ja, ich glaube, es wäre super traurig gewesen, wenn sich in Leipzig, was ja schon so das linke Herz von Sachsen ist, keine Tierbefreiungsgruppe gefunden hätte, weil linke Ideen und politischer Veganismus ja auch super gut zusammenpassen und sich inhaltlich total ergänzen. Ich würde mal sagen, das würde an sich kein Problem darstellen. Wir schreiben ja keiner Person ihren Lebensstil vor und wir schließen auch keiner Person aus, die sich nicht 100% vegan ernährt, solange halt die eigene Motivation trotzdem da ist, mithelfen zu wollen und sich da engagieren zu wollen. Wichtig ist halt das Mindset und dass die Intention dahinter stimmt. Wobei ich jetzt schon sagen würde, dass es meistens Hand in Hand dann mit einem veganen Lebensstil geht. Letztendlich lässt sich auch ein veganer Lebensstil viel bequemer in den eigenen Alltag integrieren, als manchmal so allgemein behauptet wird. Und die Beschäftigung mit den Produktionsverhältnissen, den Klimabilanzen und den gesundheitlichen Aspekten von tierischen Produkten führt eigentlich ziemlich zuverlässig in eine vegane Ernährung. Und die ist letztendlich auch genauso lecker und ausgewogen wie eine nicht-vegane Ernährung. Von daher, why not? Ich glaube, wir wissen halt auch, dass das alles ein Prozess ist und nicht immer der vegane Lebensstil als erstes kommt. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie anfängt, vegan zu leben und danach kommt der politische Aktivismus, sondern vielleicht ist sowas halt auch immer abhängig von den sozialen Kontexten. Und wenn man sich in einer Gruppe engagiert, wie den TierbefreierInnen, dann kommt dadurch vielleicht dann auch erst die tiefere Beschäftigung mit den Themen und ein offener sozialer Kontext dafür, dass man letztendlich dann auch vegan leben kann. Ja, voll. Und was ich persönlich auch irgendwie immer so wichtig finde, noch zu unterscheiden, ist halt so zwischen so Veganismus als irgendwie coolem Lebensstil, der überhaupt keinen politischen Anspruch hat und halt politischem Veganismus, der halt auf gesellschaftliche Tierbefreiung abzielt. Und von daher gibt es ja bestimmt auch Menschen, die sich zwar irgendwie vegan ernähren, aber das halt irgendwie überhaupt keinen politischen Anspruch hat, sondern halt auch dann irgendwie so voll das coole Hipster-Ding ist oder so. Und genau davon würden wir uns dann halt auch abgrenzen und wir würden dann sagen, wir nehmen lieber Leute auf, die halt so Anspruch von politischem Veganismus haben und mit uns gemeinsam kämpfen wollen, auch wenn sie sich vielleicht nicht halt 100 pro vegan ernähren, als halt Leute, die für die Veganismus einfach nur halt irgendwie so ein Hype ist, weshalb sie da irgendwie oder einen Trend, weshalb sie das dann machen. Ja, das stimmt total. Es ist sehr schade, dass diese vegane Strömung irgendwie so am meisten wächst und sich nicht mehr Leute für radikale Tierbefreiung und eine Systemkritik dahinter irgendwie einsetzen, sondern sich vielleicht schon so zufrieden geben, dass Rügenwalder Mühle jetzt tolle vegane neue Produkte rausgebracht hat und sich da trotzdem noch so diesem kapitalistischen System irgendwie unterwerfen. Und ich finde es auch total wichtig, dass Veganismus mit so einem Anspruch von Herrschaftskritik einhergeht und halt auch mit einer Beschäftigung von anderen linken Ideen oder anderen, ja, progressiven, emanzipatorischen Bewegungen, I guess. Das passt ja auch alles super gut zusammen und ja. Ja, auf jeden Fall. Und also Veganismus ist auf jeden Fall wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste im Kampf für gesellschaftliche Tierbefreiung. Und zudem ist eine hundertprozentige vegane Ernährung, also eine, die komplett ohne Tierleid auskommt, ohnehin nicht möglich, weil ja selbst für einen Anbau von nicht-tierischen Produkten andere Tiere getötet werden und so weiter. Also irgendwie Mäuse beim Pflügen auf dem Acker oder so. Genau, und es geht uns halt darum, darauf aufmerksam zu machen, dass Tierausbeutung auf krasse Unterdrückung beruht und diese ist halt strukturell bedingt. Ja, ich finde auch, dass es ein ziemlich schwieriges Thema so von wegen Konsumkritik und Systemkritik und there is no ethical consumption under capitalism, das hört man ja auch immer mal, gerade so aus linken Kreisen. Ich denke schon, dass wenn Menschen bei uns irgendwie mitmachen wollen und sich auch für Tierbefreiung einsetzen wollen, dass dann schon so ein kleiner Anspruch auch besteht, an sich selbst vielleicht die Ideale schon auf das persönliche Leben einfach auszuweiten und umzusetzen. Und ich glaube, wenn man anfängt, sich dann damit auseinanderzusetzen und vor allen Dingen, wenn man dann den Step gehen möchte, sich da in der Tierbefreiungsbewegung mitzumachen, dann ist es wahrscheinlich eine gute Idee, erst mal den eigenen Konsum zu hinterfragen, sich zu informieren, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und den Lebensstil auch dementsprechend anzupassen. Aber auch wenn wir schon einen Anspruch von veganem Essen bei den Pläners haben und in Gruppenaktivitäten oder so, werden wir nicht einzelne Mitglieder fragen, ob sie vegan leben, was sie privat machen. Bei uns haben auch auf jeden Fall schon Leute mitgemacht, die am Anfang noch nicht vegan waren, die nur vegetarisch waren. Und die sind dann allerdings recht schnell vegan geworden oder sind wieder ausgetreten. Ich glaube, es passiert automatisch, dass wenn man sich mit Ungerechtigkeiten oder einem Thema auseinandersetzt und dann auch so einen antispezialistischen Anspruch oder Blick für die Welt einfach bekommt, dass man sein Leben dementsprechend auch umstellt. Vor allen Dingen, weil natürlich ist es jetzt nicht super leicht, wenn man einkaufen geht, ist immer noch, keine Ahnung, 80 Prozent der Sachen, die man im normalen Supermarkt findet, nicht vegan. Und es ist klar eine Umstellung auch, aber es ist eine Umstellung, die für die meisten Menschen machbar ist, würde ich jetzt mal so sagen. Vor allen Dingen für die Menschen, die sich politisch engagieren und dann in den Tierbefreiungskontext oder bei uns mitmachen wollen, I guess. Es gibt natürlich auch immer Fälle, wo das nicht so leicht geht und wir wollen hier auch niemanden verurteilen. Ja, grundsätzlich werden wir niemanden fragen, ob die Leute vegan leben, wenn sie bei uns mitmachen wollen. Und natürlich gehe ich auch gerade von den Menschen aus, die jetzt bei uns mitmachen könnten potenziell, also Menschen, die in Leipzig wohnen, die vielleicht in Deutschland wohnen, also so den gesellschaftlichen Rahmen, um das nochmal gerade zu erklären. Und ja, was natürlich auf jeden Fall das Wichtigste ist und was meiner Meinung auch am meisten bringt und am meisten bewirkt, ist tatsächlich der Aktivismus und die Verbreitung von Studien, Vorträgen, wissenschaftlichen Fakten in Beziehung auf Antispezialismus und sich dafür eine Systemkritik einzusetzen und andere Menschen zu erreichen damit, ist, glaube ich, oberste Priorität. Vielleicht kann ich hier auch gerade nochmal so sagen, ich finde es immer super, super schade, dass Menschen, die irgendwie noch eine Verhaltensweise an den Tag legen, die halt irgendwie, ich weiß nicht, scheiße ist oder irgendwie schlechte Dinge unterstützt, sich nicht trotzdem dafür einsetzen können, dass das halt abgeschafft wird. Also, keine Ahnung, dass Menschen, die Fleisch essen, sehr oft wirklich beharrlich auf den Fleischkonsum beharren und den rechtfertigen, obwohl sie genauso gut sagen könnten, ja, mir fällt es super schwer aufzuhören und ich bin total gebrainwashed aufgewachsen, das müssen Sie vielleicht nicht so sagen, aber das irgendwie so erkennen, dass es halt einfach für sie persönlich natürlich schwer ist, weil von allen Seiten diese speziesistische Ideologie aufgedrückt wird. Und dann ist man natürlich erstmal darin gefangen. Das ist ja wie mit allen anderen Unterdrückungsmechanismen, Rassismus, Sexismus, etc., wir alle wachsen so auf und für uns alle ist es natürlich erstmal schwer, das zu hinterfragen, aber wir können ja trotzdem anerkennen, dass das einfach das Richtige ist und deswegen verstehe ich immer nicht, warum Fleisch essende Menschen so viel Fleisch beharren und nicht einfach sagen, ja, keine Ahnung, ist total schwer für mich und was für ein Scheiß, dass es mir nicht viel einfacher gemacht wird. Und ich setze mich jetzt total dafür ein, dass die Gesellschaft endlich die vegane Revolution erfährt und viel mehr veganes Angebot geschaffen wird und da viel mehr Arbeit und Bildungsarbeit und Geld da reingesteckt werden, dass wir dieses komische Mensch-Tier-Verhältnis, was gerade besteht, einfach loswerden. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit mir. Ja, ich habe mich, ich habe irgendwie noch relativ lang bei so H&M eingekauft oder was weiß ich, halt solche Fast-Fashion-Marken und konnte da, hatte irgendwie so das Gefühl, manchmal mache ich das und das war so mein Guilty Pleasure. Aber ich wusste die ganze Zeit, es ist super scheiße, super viele Menschen werden dafür ausgebeutet, total viele Flüsse werden vergiftet, deswegen, ich spiele total dieser kapitalistischen Scheißgesellschaft in die Karten. Und ehe ich mich da so weit reflektieren konnte, dass ich diesen Step gemacht habe, zu sagen, okay, ich kaufe das nicht mehr, hat das eine ganze Weile gedauert. Aber auch während ich das gemacht habe, hätte ich vor allen Menschen gesagt, ich finde es total scheiße, dass ich das mache und ich finde es total schade, dass ich das mache und dass es nicht viel mehr Angebote gibt, dass ich das nicht machen müsste oder dass es nicht viel weniger Werbung für so einen Scheiß gebe, dass ich gar nicht irgendwie erst in so Versuchung komme. Ja, ich hätte mich total dafür eingesetzt, obwohl ich es halt bis zu dem Zeitpunkt noch gemacht hätte und das wünsche ich mir irgendwie auch von Menschen, die halt nicht vegan leben, dass sie halt irgendwie trotzdem, ohne sich selbst gleich so super angegriffen zu fühlen, diese ganzen Hintergründe dazu erkennen können und trotzdem sich dafür einsetzen können. Die nächste Frage finde ich eigentlich auch voll spannend und zwar geht es um die Gruppendynamik, die in unserer Gruppe vorhanden ist, also bei der Organisation von Demos, Kundgebungen und anderen Aktionsarten. Zur Gruppendynamik, also da würde ich jetzt so an die Organisationsform denken und wir versuchen halt uns möglichst hierarchiearm zu organisieren. Wir haben jede Woche ein Plenum, wo wir uns natürlich treffen und dann darüber sprechen, was sind gerade so aktuelle Sachen, wo wollen wir eine Aktion machen, was steht so an. Genau, generell kann sich halt jede Person so einbringen, wie sie Zeit, Lust, Energie hat und wenn man eine Person wenig Zeit hat, dann kann die auch mal wenig machen und wenn Leute Bock haben, dann können die so viel machen, wie sie wollen. Genau, also es gibt natürlich schon Personen, die bestimmte Fähigkeiten haben und dann halt Aufgaben sehr oft übernehmen, aber wir machen halt auch regelmäßig so Skillsharings, damit wir unsere Fähigkeiten teilen und irgendwie jede Person auch irgendwie alles mal machen kann und übernehmen kann. Und ja, ich denke, es funktioniert ganz gut so. Ja, ich glaube auch, wir haben so eine gewisse Anzahl immer an Menschen, die halt mit dabei sind und dann gibt es so eine Anzahl an Menschen, die gerade mehr Kapazitäten haben und deswegen so voll viel machen und gerade so die kleinen Gruppen und die Projekte dann so sich da total viel einbringen, aber das wechselt dann eigentlich auch meistens und die Menschen, die richtig aktiv sind, die nehmen sich dann in einer anderen Zeit mal wieder ein bisschen mehr zurück, weil es ja auch irgendwie voll wichtig ist, dass man nicht die ganze Zeit super viel zu tun hat. Aber ansonsten denke ich auch, dass wir ganz offen dafür sind, so Skillsharings anzubieten und dass jede Person eigentlich alle Aufgaben übernehmen könnte, wenn sie wollte und wir sind da so voll offen zu helfen und Infos zu teilen und probieren halt, ja, Menschen, die noch nicht so lange dabei sind, so mit einzubringen und irgendwie den Aufgaben zuzutrauen, die sie dann übernehmen können, so mit Hilfe, wie sie wollen. Das kommt natürlich auch immer voll auf die Person drauf an, ob man am Anfang dann doch eher so ein bisschen zurückhaltend ist und dann nicht so richtig weiß, was man machen soll. Also keine Ahnung, mir ging das so. Ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, so viele große Aufgaben und so eine Demo anmelden, ach du scheiße, so einen Redebeitrag schreiben, das kann ich im Leben nicht. Jetzt geht es so voll easy, weil man sich dann immer mehr zutraut, wie eine Gruppe auch super schön ist und einen so rückhaltig immer gibt. Ja, ich glaube, uns ist das schon total wichtig, dass wir das alles ganz hierarchiearm und niedrigschwellig wie möglich gestalten. Ja, top. Das ist vielleicht noch nicht perfekt, aber das ist auf jeden Fall so unser Anspruch daran und dass wir das alles immer so gut aufteilen können. Wir haben auch immer mal so Strukturpläners jetzt, damit es auch auf jeden Fall einen Raum gibt für Veränderungen und Verbesserungen, was so die Plänerstruktur angeht oder auch die Struktur von allgemein, so Aktionen, die wir planen. Genau. Voll gut, ja. Also ich glaube, es ist halt auch echt so ein Ding, dass wir das immer so weiterentwickeln wollen und dafür sorgen wollen, dass die Gruppendynamik halt immer besser wird sozusagen und wir halt stetig so in der Veränderung bleiben. So, eins der neueren Projekte ist jetzt auch, dass wir eine Awareness-Struktur in der Gruppe aufbauen wollen. Da sind wir gerade dabei, ein Konzept zu entwickeln, um halt auch noch besser füreinander da sein zu können, aber auch halt auf irgendwie Störungen oder sowas eingehen zu können. Ich wollte nur noch mal kurz ergänzen, dass es halt auch einfach sozusagen der Themenbereich, in dem wir aktiv sind, kann halt manchmal auch einfach sehr, sehr anstrengend sein, weil wir uns halt mit viel Tierleid und viel Ausbeutung und Unterdrückungsstrukturen auseinandersetzen und das einfach manchmal auch ganz schön fertig machen kann, glaube ich. Deswegen ist es halt so besonders wichtig für uns, dass wir so da zusammenhalten und uns gegenseitig den Rücken stärken können, weil wir halt vielleicht sonst in unserem Leben oder der Gesellschaft oder so da auch nicht immer das Gefühl haben, dass das so Gehör findet. Ja, voll. Also, keine Ahnung, ich habe auch das Gefühl, so Tierbefragungsaktivismus ist schon noch so ein bisschen undankbar auf jeden Fall auch. Also, wir sind nicht so viele Menschen in der Ortsgruppe und keine Ahnung, die Hälfte von den Menschen, die so mit am Start sind, sind dann halt immer ungefähr richtig aktiv und die andere Hälfte hat dann vielleicht nicht so viel Zeit gerade im Moment und ist zwar anders dann wieder richtig aktiv, aber weiß nicht, so für Tierbefragungsaktivismus kommen halt auch nicht so viele Leute auf die Straße oder ist noch nicht mal in so linken Kreisen so richtig selbstverständlich eigentlich, obwohl es das sein sollte. Deswegen steckt man dann immer sehr viel Arbeit rein und ich glaube, so eine Gruppe, die einen dann unterstützt und wo man so weiß, okay, wir machen das auf jeden Fall für das Richtige und andere Menschen sind auch da, die einem irgendwie helfen. Das ist da total wichtig. Ja, voll. Da wollen wir doch auch noch eine Folge drüber machen, oder? Tierbefragung der Lebenszene. Ja, auf der anderen Seite finde ich es irgendwie auch ganz angenehm, dass die Gruppe nicht so groß ist, weil, naja, man halt dann auch relativ schnell irgendwie Aufgaben übernimmt, die man sonst nicht übernehmen würde. Gerade am Anfang und man dadurch halt sehr schnell Verantwortung übernimmt und halt auch viel schneller Dinge lernt und man sich vielleicht auch dann besser kennenlernen kann, wenn die Gruppe nicht so riesig ist. Ja. Genau, wir haben ja auch gerade so darüber geredet, wie wir uns organisieren und strukturieren und vielleicht können wir ja auch gerade noch kurz ein bisschen über so wirklich so organisatorische Schritte bei so Demo- und Aktionsorganisationen reden und genau, da würde ich dann jetzt erstmal an Brida abgeben. Ja, also das ist ja super unterschiedlich. Es kommt voll drauf an, was wir gerade so machen. Also manchmal unterstützen wir auch zum Beispiel einfach andere Gruppen, bleiben irgendwie Redebeiträge und posten die dann. Das ist dann nicht ganz so aufwendig. Oder zum Beispiel letztens waren wir bei der Mahnwache gegen die Rodungen in der Lazea Innenstadt und haben da halt dann Transpies gemalt und uns dahingestellt. Genau, sowas machen wir. Das sind dann eher so kleinere Sachen. Wir haben aber auch letztens eine Demo in Weißenfels geplant. Die musste dann leider abgesagt werden wegen Corona, aber wir haben die auf jeden Fall angemeldet. Und Miffi, da kannst du ja vielleicht was dazu sagen, weil du hast da ja mit den Behörden und so weiter gesprochen. Ja, voll. Ich kann vielleicht mal ein bisschen was erzählen zu der letzten Demo, die in Weißenfels auch so richtig stattgefunden hat. Das war ja letztes Jahr im Sommer, wo zwar auch Corona war, die Zahlen aber insoweit unten waren, dass wir die Demo auf jeden Fall machen konnten. Und wir haben eigentlich auch gehofft, dass wir jetzt bald wieder eine Demo in Weißenfels machen können. Ich weiß nicht, ob das stattfinden wird, weil die dritte Welle ja gerade so am durchstarten ist. Aber genau, zu der Demo in Weißenfels im Sommer. Zuerst reden wir darüber, was wir alles brauchen, um die Demo zu organisieren. Was wir alles dort haben wollen. Was für eine Demo-Route wir haben wollen. Welche Redebeiträge stattfinden sollen. Wir malen Transpies. Wir machen natürlich die ganzen Mobi-Texte und Flyer und Plakate oder Social Media Auftritt. Wir müssen den Lauti organisieren. Ja, und dann natürlich auch die Demo anmelden beim Ordnungsamt. Kooperationsgespräche führen teilweise. Ja, ich weiß gerade gar nicht. Habe ich noch was vergessen? Aber ich glaube, basically ist es immer so, dass wir uns einfach besprechen, wie wir die Aktion gern hätten und wie die aussehen soll. Und da einige Menschen ja auch schon mehr Aktionen geplant haben oder Demos geplant haben, gibt es dann auch schon irgendwie so ein bisschen Knowledge, was alles so gemacht werden muss. Das heißt, wir müssen uns das dann nicht so total aus den Fingern saugen, sondern können dann so ein bisschen auch was zurückgreifen. Ja. Ja, über die nächste Frage kann man auf jeden Fall auch sehr, sehr lange reden. Da werden wir bestimmt auch noch mal eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Aber wir können das ja jetzt schon mal ein bisschen anschneiden. Und zwar ist die Frage, wie eine Welt der TierbefreierInnen aussehen würde. Also die ideale Welt. Genau. Miffi, möchtest du mal anfangen? So wie ist deine Utopie? Meine Utopie? Okay. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal denke ich, es ist schwer zu sagen, wie würde die ideale Welt der TierbefreierInnen aussehen, weil es sind ja schon mehrere Menschen mit am Start. Und ich glaube, dass jede und jeder irgendwie so eine Eigenutopie auch hat. Aber in vielen Dingen sind wir uns bestimmt auch ganz ähnlich. Und meine utopische, ideale Welt, die bestimmt gar nicht so schwer wäre zu erreichen, wenn wir uns alle mal ein bisschen zusammenreißen würden, wäre halt einfach so eine Gesellschaft, in der jedes Lebewesen Anrecht darauf hätte, ein Leben ohne Leid und Qual und Ausbeutung und Unterdrückung zu leben. Und irgendwie so in Freiheit und Selbstbestimmung einfach machen kann, was eher ihr gefällt, ohne dabei irgendwie anderen zu schaden und die ganze Erde ins Unglück zu stürzen. Ja, vielleicht auch irgendwie, dass alle so ein bisschen auf den Trichter kommen, dass eine solidarische Gemeinschaft viel schöner ist als eine sehr egoistische, profitorientierte Gemeinschaft. Ja, keine Ahnung, dass man halt einfach ein schönes Leben irgendwie zusammen hat, ohne dass für den eigenen Lebensstil ganz viele andere leiden müssen. Also ich würde auf jeden Fall das alles auch so voll unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast, Miffi. Und ich glaube halt, dass so eine Utopie halt im Kapitalismus nicht möglich ist. Also am Ende des Kapitalismus ist, glaube ich, dafür voll wichtig, um irgendwie diese Ausbeutung und Unterdrückung auch zu beenden. Zu dem Thema würde ich vielleicht noch Hartmut Kiewertz, so einen Leipziger Maler, mit erwähnen, der nämlich so utopische Bilder letztendlich malt. Und da sieht man im Hintergrund Ruinen von Schlachthöfen und im Vordergrund Menschen und nichtmenschliche Tiere, die freundschaftlich und miteinander chillen und zum Beispiel Picknick machen oder einfach durch die Straßen laufen und die Welt allen gleichberechtigt gehört. Ich finde es auch immer so voll schwer, mir auf so einer realgesellschaftlichen Ebene vorzustellen, wie quasi eine befreite Gesellschaft wirklich aussehen kann, in der Menschen und nichtmenschliche Tiere zusammenleben. Und ich denke, es ist auch voll wichtig, sich so konkretere Gedanken darüber zu machen, so wie so so eine gemischte, also speziesgemischte Gesellschaft aussehen könnte. Und gleichzeitig denke ich, es gibt auch so voll viele Ansatzpunkte, wo man auch erst mal sagen kann, damit müssen wir aufhören, wie halt zum Beispiel weiterhin Tierindustrie zu fördern und immer größere Schlachthöfe zu bauen. Und so irgendwie so eine klassische Frage, die ich in so Debatten immer kenne, ist so, dass dann so Leute sagen, so ja, aber was soll mit den ganzen Tieren passieren, wenn man jetzt auf einmal sagt, man darf die nicht mehr schlachten? Und ich weiß nicht, also erst mal könnte man zum Beispiel aufhören, Tiere nachzuzüchten, um die zu schlachten. Und natürlich so, wenn dann auf einmal so Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Tieren auf einmal nicht mehr geschlachtet werden könnten oder dürften, stellt das natürlich schon irgendwo so ein logistisches Problem dar. Aber das soll ja nicht daran hindern, dass es nicht möglich ist, damit aufzuhören, nur weil es dann eine Generation von Tieren gibt, die halt irgendwie immer noch Lebensraum braucht oder was auch immer. Ich finde das auch total wichtig, auch dass man bei diesen utopischen Vorstellungen wirklich auch im Blick behalten sollte, dass das alles halt ein Prozess ist und nicht von heute auf morgen passieren kann. Das stimmt. Und es gibt einfach so viele Dinge zu verändern, die man aber irgendwie nicht reformieren kann in diesem System. Also keine Ahnung, da muss irgendwie so eine komplett neue Gesellschaftsform her mit ganz anderen Gedankengängen und so, dass halt wirklich, dass wir einfach von dem Glauben wegkommen, dass es meistens ja meistens Menschen gibt, die irgendwie mehr verdient haben und mehr Rechte haben und mehr, keine Ahnung, mehr entscheiden können und irgendwie mehr Freiheiten haben und halt auf Kosten von anderen Lebewesen einfach so leben können. Und das ist, glaube ich, ein Gedanke, der schon sehr präsent ist in den meisten Köpfen, auch unterbewusst vielleicht einfach, weil unser Lebensstil halt so ist, vor allen Dingen jetzt hier in Deutschland. Ich finde auch dazu noch voll wichtig irgendwie, dass man halt so darüber nachdenken muss, dass sogar, also ich meine, wir beschäftigen uns mit den Themen ja und versuchen das alles irgendwie auch so uns selbstkritisch zu überdenken und trotzdem gibt es einfach so Gedanken, die einfach, wie du gesagt hast, die einfach so unbewusst in uns drin sind. Ich habe nämlich vorhin gerade gedacht, ich habe zum Beispiel zu dieser utopischen Vorstellung von Hartmut Kiewert gesagt, dass den Menschen und nichtmenschlichen Tieren die Welt gemeinschaftlich gehört, was totaler Quatsch ist, weil niemandem die Welt gehört. Und das ist eigentlich schon wieder so voll das Zeichen dafür ist, dass es einfach so was ist, wo man sich immer wieder so selbst hinterfragen muss und darüber nachdenken muss, ja sozusagen wie doll sich so Unterdrückungsgedankengänge eigentlich auch durch einen selbst ziehen sozusagen. Und ich finde, also für mich selbst habe ich das Gefühl, ich habe halt irgendwie so das Privileg, da Zeit und Ressourcen für zu haben, mich damit auseinanderzusetzen. Deswegen finde ich das halt auch so meine Verantwortung, das zu machen, weil ich weiß, wie schwierig das ist und irgendwie jeder und jeder irgendwo ansetzen muss, um da was zu verändern, sodass es halt wirklich so prozesshaft ist. Voll, das ist so krass, internalisiert alles und wird so hart reproduziert in der Mainstream-Gesellschaft, so diese ganzen Ismen, so Sexismus, Rassismus, Speziesismus, dass es also, also keine Ahnung, dass es irgendwie gefühlt super schwer ist, das alles hinterfragen zu können, wenn man da nicht in so einer linken Bubble lebt, ja, was halt auch furchtbar ist, einfach mit Werbung und irgendwelchen Fernsehshows, wo alles so selbstverständlich unreflektiert reproduziert wird. Very sad, aber ja, so eine Utopie von uns sieht, glaube ich, anders aus. Und ohne Sexismus, Rassismus, Ableismus, Antibiotismus, Speziesismus, kann ich ja ganz viel so weiter machen, ich habe nicht alles genannt. Voll wird jetzt auch einfach nochmal so ein bisschen so daran anknüpfen, auch in der Gefahr, dass ich nochmal so Sachen wiederhole, aber irgendwie finde ich es voll wichtig, dass jetzt wurde so voll viel gesagt, dass es halt voll darum geht, halt auch an Überzeugung zu arbeiten, also dass wir halt in dieser Gesellschaft aufwachsen, die uns irgendwie beibringt, dass es voll okay ist, Tiere auszubeuten, dass Tiere uns gehören, dass der Planet und die Welt irgendwie Menschen gehört und Menschen alles damit machen können und das ist ja so voll die krasse Ideologie, die einfach so in allen Köpfen drin steckt und deswegen ist es ja auch so super schwer, sich eine andere Welt zu denken, weil wir einfach in dieser Welt aufwachsen und sich dann überhaupt eine Alternative vorzustellen, ist halt voll weit weg. Ja. Genau und deswegen kann man ja an der Stelle auch nochmal so schön auf diesen Anspruch der gesellschaftlichen Tierbefreiung irgendwie verweisen, weil da geht es ja auch genau um das so, um diese Überzeugung, diese Ideologien anzugehen und quasi so einen Wechsel in Überzeugung oder ja genau zu erreichen. Ja, total. Ja, das ist total spannend, was du gerade gesagt hast, auch allein der Begriff Umwelt, also dass wir quasi so die Umwelt von den Menschen so trennen, als wären wir einfach so Außerirdische, die so auf dem Planeten gelandet sind, aber wir sind halt aus der Umwelt entstanden, wir sind die Umwelt so. Das ist halt, ja, total internalisiert einfach, dass das so getrennt wird. Bedeutet Tierbefreiung, ihr seid dafür einfach alle Tiere aus dem Zoo rauszulassen? Das wäre dann die nächste Frage. Lass die Tiere aus dem Zoo. Also, naja, also so eine Frage ist halt auch schon immer so ein kleines bisschen provokant und will ja wahrscheinlich darauf abzielen, zu sagen, naja, ganz so leicht ist das aber auch alles nicht, was ihr euch da vorstellt. Und ja, wir wissen, dass es nicht ganz so leicht, deswegen finden wir es ja auch voll wichtig, darüber nachzudenken und halt uns damit zu beschäftigen, wie das irgendwie so ablaufen kann, dass es tatsächlich möglich ist, dass die Tiere aus dem Zoo gelassen werden können, aber vielleicht halt nicht einfach den Zoo öffnen und die Tiere rauslassen, sondern da irgendwie eine Möglichkeit finden, wie die zum Beispiel in irgendwie Naturparks oder so gebracht werden können, wo die einfach ein Leben führen können, was dem, was sie eigentlich führen möchten, so am nächsten kommt. Und das ist ja sicherlich auch irgendwie möglich. Und Zoos sind ja letztendlich eh eigentlich so eine total überholte Sache, die schon längst nicht mehr, die noch nie zeitgemäß war, wahrscheinlich aber auch erst recht jetzt langsam nicht mehr zeitgemäß ist. Jedenfalls ein koloniales Überbleibsel, was eigentlich total abgeschafft gehört, weil wir keine Zoos brauchen, um da irgendwie zu sehen, wie ein Tiger aussieht, sondern wir können das erstens googeln und zweitens... Oder bei Kosia suchen. Ja, vor allem Zoos sind ja sowas von kritikwürdig. Allein schon, weil sie in der Vergangenheit einfach super krass vom Kolonialismus profitiert haben und es immer noch nicht schaffen, das irgendwie ausreichend oder auch nur ansatzweise zu reflektieren und sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Und auch was im Leipziger Zoo und beim Gründer Ernst Pinkert so abging und so los war, ist absolut gruselig und schlimm. Und ich finde, wir sollten uns vielleicht auch noch in so einer Folge mit dem Zoo an sich auseinandersetzen und dann vielleicht auch ein bisschen mehr auf den Leipziger Zoo und die ganze Geschichte eingehen. Das fände ich total spannend und wichtig. Ja, aber es ist natürlich auch super unterdrückerisch, einfach nichtmännliche Tiere zur Bespaßung und als Unterhaltung ihren Lebensraum zu berauben und sie in Käfigen einfach anstarren zu lassen. Ja, keine Ahnung, dass es wie Alma schon meinte, heute absolut nicht mehr notwendig und zeitgemäß auch nicht, wenn man den Wissensvorwand davor schiebt. Ja, das kreiert ja auch total komische Bilder, so auch für Kinder dann. Also das suggeriert ja, dass es total normal ist, dass nichtmenschliche Tiere eingesperrt sind und in winzigen Käfigen irgendwie nicht mal richtig rumlaufen können und ja, dass es einfach normal ist, dass nichtmenschliche Tiere so eingesperrt und unterdrückt werden. Ja, voll. Ja, genau. Ich würde mich da auch einfach anschließen und sagen, dass so diese Idee oder dieses Konzept Zoo halt an sich halt auch einfach so voll kritikwürdig ist, weil, wie schon gesagt wurde, das halt ja auch so ein koloniales Überbleibsel ist und halt auch, was damit so für ein Bild kreiert wird. Die Tiere dort sind da, um angeguckt zu werden und gleichzeitig gibt es ja auch so diese Mentalität zu sagen, wir Menschen, wir retten sogar die Tiere, indem wir die hier einsperren und wir haben das Recht irgendwie, die mit denen zu machen, was wir wollen. Also das sind ja dann auch so Zwecke und Gedanken von Menschen. Die Tiere haben ja irgendwie nicht gesagt so, hey, wir wollen von euch gerettet oder eingesperrt werden. Genau, also das ist dann auch so wieder auf dieser Ideologieebene, dass der Zoo halt einfach so dieses Bild vermittelt, Tiere sind für Menschen da und wir dürfen mit Tieren machen, was wir wollen. So für mich die Idee, die dahinter steckt. Es gibt ja auch immer diese Vergleiche, wie viel manche nichtmenschliche Tiere irgendwie am Tag laufen, wie viele Kilometer und alle wissen das auch und alle wissen, dass es überhaupt nicht passend ist, die in irgendeinem kleinen Käfig zu sperren und wenn man die eine Weile lang anguckt, merkt man ja auch total, dass die so Verhaltensweisen entwickeln, die einfach in der freien Natur so nicht vorkommen. Letztendlich, weil die einfach durch diese Käfighaltung erzeugt sind und dass es eigentlich voll eher schrecklich ist und die Tiere so voll bricht und sich das sozusagen im Zoo anzuschauen, ist halt schrecklich. Und wenn man darüber nachdenkt, dass es sozusagen einfach nur, weil es irgendwie schwierig wäre, das zu beenden und dieses ganze System zu beenden, ist das ja noch längst keine Ausrede dafür, das einfach so beizubehalten. Es wäre ja schon eine Verbesserung, wenn die Zoos aufhören würden, die Tiere untereinander weiter zu verpaaren und sich neue fangen zu lassen, um einfach den Bestand so zu erhalten. Ja, das ist halt, ich glaube, das ist eh immer die Antwort auf dieses Argument, wir können nicht alle Tiere freilassen, wir können doch jetzt nicht einfach die Zoos aufmachen oder was passiert mit den ganzen Tieren, wie Wolfer vorhin schon mal angesprochen hat. Dass es natürlich einfach Quatsch ist, dass jetzt auf einmal alle Menschen anfangen werden zu denken, oh mein Gott, stimmt? Das ist ja echt total blöd, die ganzen Tiere in die Zoos zu sperren, maybe sollten wir damit aufhören. Das ist ja so ein ewig langer Prozess und es wird wahrscheinlich dann immer noch so ein paar Zoos geben, wo dann die Tiere hingehen werden. Und irgendwann vielleicht, wenn das so passiert, wird sich das dann so ausschleichen und wir werden vielleicht dann nicht mehr die Tiere halt vermehren, damit immer mehr Tiere in den Zoos sind, sondern damit aufhören. Und dann hat sich das Problem eigentlich auch schon erledigt. Voll, das ist ja eigentlich auch so die ähnliche Frage, was mit den Tieren in den Mastbetrieben und so weiter halt passiert. Ja, die Forschung ist halt absurd, dass halt alle Tiere freigelassen werden und dann halt durch die Städte rennen und das ist alles halt ein langwieriger Prozess, wie du schon gesagt hast gerade. Okay, was macht ihr denn als aktivistische Gruppe während Corona? Ja, wir sitzen zum Beispiel zusammen rum und nehmen einen Podcast auf. Ja, und was machen wir sonst so? Wir haben uns viel mit so strukturellen Sachen beschäftigt, also so ein bisschen so unsere Gruppenstruktur reflektiert. Darüber haben wir ja eben auch schon so ein bisschen erzählt, wie wir so organisiert sind und gerade so in dieser Corona-Zeit ist das halt auch nochmal so viel mehr angelaufen, dass wir halt versucht haben, uns zu reflektieren und zu gucken, okay, was ist gut, was läuft nicht so gut, wie können wir irgendwie besser miteinander umgehen zum Beispiel. Dann gibt es den Lesekreis, der jetzt auch während Corona deutlich aktiver ist, wir uns regelmäßig treffen. Natürlich findet jetzt das Allermeiste, was wir machen, Online statt. Das ist jetzt schon eine Umstellung gewesen, aber ich glaube, wir machen das ganz gut. Wir versuchen uns irgendwie jetzt anders zu beteiligen und schreiben Redebeiträge zum Beispiel oder beschäftigen uns, wie du schon gesagt hast, halt mit der Gruppendynamik und solchen Dingen. Ja, oder vielleicht auch so Vorträge, die wir vorbereiten für entweder Online-Workshops oder Online-Events, die halt immer noch so stattfinden. Oder auch perspektivisch dann irgendwann mal live. Jetzt war ja auch Klimastreik. Es gibt ja trotzdem so wichtige Daten, bei denen man irgendwie rausgehen sollte. Und dann probieren wir halt dort irgendwie so viel zu machen, wie halt möglich ist. Beim Klimastreik hatten wir zum Beispiel auch einen Stand und haben zwei Redebeiträge gehalten und haben abends noch so eine BIMA-Aktion gemacht, wo wir halt so Infos an eine Leinwand projiziert haben für die Menschen, die halt vorbeigelaufen sind, wie die Zusammenhänge sind zwischen Klimawandel und Tierindustrie. Ja, also probieren wir so Aktionen zu machen, die Corona-konform irgendwie möglich sind und ansonsten uns theoretisch weiterzubilden oder halt Online-Events stattfinden zu lassen oder da irgendwie teilzunehmen. Genau, oder zum Beispiel kümmern wir uns ja noch um das Magazin, die Tierbefreiung. Solche Dinge machen wir noch. Oder manche von uns sind auch bei Gemeinsam gegen die Tierindustrie aktiv und sind da auch immer bei den Pläner und so weiter dabei, bei den Bündnistreffen. Ja. Ja, ich habe auch das Gefühl, so überregionale Bündnisse sind vielleicht jetzt gerade sogar fast einfacher zu erreichen, weil sie halt so online stattfinden und man muss gar nirgendwo hinfahren. Man kann immer so mitmachen am Computer für ein Wochenende und vielleicht ist das auch ganz cool. Ehrlich gesagt habe ich auch das Gefühl, dass wir am Anfang von Corona vielleicht so ein bisschen weniger gemacht haben und erst mal uns irgendwie so mit der Situation, also keine Ahnung, halt schauen mussten, wie es jetzt weitergeht. Und jetzt haben wir ziemlich, ziemlich viele Pläne, dass es so einfach ist, halt online zu gehen von zu Hause und mal eine Stunde Plenum zu machen, nutzen wir das auch total viel und sind so trotzdem eigentlich relativ produktiv, würde ich sagen. Jetzt kommen wir zu den Fragen, die ihr uns auf Insta gestellt habt und die erste Frage schließt voll gut an die letzte an. Also zuletzt haben wir ja darüber geredet, was wir so während Corona gemacht haben und die erste Frage auf Insta ist, was sind unsere nächsten Projekte? Da haben wir ja schon ein bisschen drüber geredet, also es ist viel theoretische Arbeit. Wir planen zum Beispiel einen Vortrag zu Antifaschismus und Tierbefreiung und machen ja den Podcast weiter und die Demo in Weißenfels steht auf jeden Fall auch noch auf dem Plan, wenn die Zahlen ein bisschen niedriger sind. Genau im Sommer findet zum Beispiel auch die Tierrechtskonferenz statt, wo wir dabei sein wollen und vom 10. bis zum 18.7. findet auch ein Aktionscamp statt von Gemeinschaft gegen die Tierindustrie. Da werden, denke ich, einige von uns dabei sein und wir wollen auch mobilisieren dafür. Ja, Wolfer, ich glaube, da ist ein bisschen mehr Information, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, eigentlich kann ich nur so ergänzen, dass wir planen, in den nächsten Wochen oder Monaten noch so Mobi-Vorträge in Leipzig zu veranstalten, falls es möglich ist, sonst halt online. Um halt nochmal so Leute über das Camp zu informieren, worum es da geht, um möglichst viele Menschen dort hinzubringen. Ja, also das wird bestimmt richtig cool. Kommt alle da hin. Ja, auf jeden Fall. Wir sind auch am Start und sind nicht so gehypt. Wirklich, das freue ich mich wirklich schon drauf. Das sollte ja eigentlich schon letztes Jahr stattfinden und dann ging es nicht, wegen Corona. Aber dieses Jahr wird es hoffentlich besser sein und funktioniert. Da würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten stehen ja bestimmt auch noch andere wichtige Termine an oder mal wieder irgendeine QuerdenkerInnen-Demo, wo wir uns dagegen stellen wollen. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal vorgestern hat der Klimastreik stattgefunden und das war so unser großes Projekt. Und jetzt ist es gerade so vorbei. Ich bin in den Podcast auf und plane so ein bisschen an ein paar kleineren Projekten oder ein paar langfristigeren Projekten, aber haben jetzt nicht so ein konkretes, großes Projekt, was jetzt in den nächsten Wochen stattfinden wird. Wenn es da was gibt, erfahrt ihr aber auf jeden Fall davon. Ja, also das führt uns jetzt eigentlich auch schon zur nächsten Frage und zwar, warum wir zu Demos der Klimabewegung aufrufen. Ja, ich glaube, eine Erde, die intakt ist und nicht total lebensfeindlich, ist einfach die Grundvoraussetzung für irgendwie eine Gesellschaft, die funktionieren kann und eine Gesellschaft, die dann auch für Tierbefreiung kämpfen kann. Aber wenn wir einen toten Planeten haben und einen ganz ausgebeuteten Planeten, auf dem nichts mehr wächst und die Wetterextreme werden immer schlimmer und alles wird so werden, wie das KlimaforscherInnen halt jetzt schon prognostizieren, dann ist es halt klar, dass es irgendwie in der Zukunft sehr viele Konflikte und Kriege und Krisen entstehen werden. Und das ist natürlich was, also keine Ahnung, ich persönlich finde es auf jeden Fall total schrecklich und möchte, dass das verhindert wird. Und deswegen finde ich es persönlich total wichtig, für die Demos der Klimabewegung aufzurufen. Und ich glaube, euch geht es auch so, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, und die beiden Themen, also Tierbefreiung und Klima, sind ja auch unmöglich miteinander verknüpft, auch weil die Tierindustrie halt so doll für den Klimawandel verantwortlich ist. Und deswegen kann man die beiden Themen auch einfach gar nicht trennen. Voll. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch so ein kleines Anliegen von uns, da noch diesen auf plantliche Ernährung umsteigen Argument mit reinzubringen. Weil es wird sich ja doch schon sehr auch so die Energiewende oder Kohleausstieg, was auch total wichtig ist und wo wir auch so total dahinter stehen, wird sich schon sehr fokussiert. Und vielleicht manchmal die Tierindustrie ein bisschen vergessen, wobei ich das Gefühl habe, auf dem letzten Klimastreik war das schon total präsent. Und alle anderen Leipziger Klimagruppen standen auch total dahinter. Die Scientists for Future Leipzig haben zum Beispiel letztens auch auf Instagram gepostet, dass die ernährungsbedingten jährlichen Treibhausgasemissionen aller Leipziger dem Gewicht von vier Völkis entsprechen. An dieser Stelle eine kleine Anmerkung. Mit Völki meine ich das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Und drei dieser Völkis wären auf die Produktion tierischer Lebensmittel zurückzuführen, während ein Völki durch pflanzliche Lebensmittel anfallen würde. Und das zeigt einfach schon so die Drastik. Ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, dass es so langsam immer mehr in die Köpfe auch der anderen Bewegungen mitkommt oder sozusagen besser mit aufgenommen wird als Thema. Aber trotzdem ist ja voll wichtig, dass wir weiter darauf aufmerksam machen, weil es einfach so einen riesigen Einfluss auf die Klimakrise hat. Ja, und dabei irgendwie doch schon so leicht umzustellen wäre. Genau, ich habe auch voll das Gefühl, dass so dieses, ich nenne es jetzt mal Tierthema, mittlerweile auch mehr so in der Klimabewegung angekommen ist. Und so auf Klimacamps ist ja auch zum Beispiel voll normal. Dass alles Essen, was es da gibt, so vegan ist. Aber es gibt halt schon auch so, was ich häufiger mitkriege, es gibt ja auch ganz viel so Klimavernetzung in Deutschland und halt auch über Deutschland hinaus. Und so Gruppen, die eher so einen Tierfokus haben, werden da schon eher noch so belächelt und als nicht so wichtig gesehen, wie halt zum Beispiel, wenn es irgendwie so um Kohle oder andere Themen geht. Und ich habe jetzt so zum Beispiel auch so ein Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie mitgekriegt, die ja auch sich ganz viel auch in der, also sich selbst auch als Klimagerechtigkeits- und Tierbefreiungsbündnis verstehen, dass dieses Bündnis dann zum Beispiel auch bei so Klimagerechtigkeitskonferenzen eher so abgestempelt wird von wegen so, ja, ihr wollt doch nur euer Tierthema hier reinbringen. Und gar nicht so richtig gesehen wird, dass es halt auch wirklich super relevant ist, halt auf unterschiedlichen Ebenen, ne. Genau, also vielleicht einfach, um nochmal so ein bisschen so diesen Konflikt aufzuzeigen, dass es auf jeden Fall mehr ankommt, aber andererseits auch innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung schon eher noch so ein Randthema ist, glaube ich, zumindest. Aber ich habe auch das Gefühl, generell so ein bisschen bei vielen linken Gruppen irgendwie, dass die Tierbefragungsbewegung ja, wie du schon sagst, so ein bisschen belächelt wird. Aber halt, da wollen wir auch nochmal in einer anderen Podcast-Folge drüber sprechen. Ja. Es kommt eine ganz spannende Frage, die ich schon sehr oft im Zusammenhang mit den TierbefreierInnen gehört habe, nämlich, brecht ihr auch in Ställe ein und befreit Tiere? Also wir sind ja als Ortsgruppe sozusagen Teil eines öffentlichen Vereins und deswegen ist es ja total klar, dass es keine illegalen Aktionen bei uns gibt. Total, wir können, also es wäre ja echt nicht so smart, wenn wir nach außen damit werben, dass wir illegalisierte Aktionen machen als Teil eines öffentlichen Vereins, wie du schon meintest. Aber ich glaube, wir sind uns schon alle einig, dass es einfach auch wichtig ist, direkte Aktionen zu machen, die vielleicht sich nicht immer in den Bereichen der Legalität bewegen. Und der Tierbefreie e.V. leistet auch zum Beispiel Rechtshilfe dann für Aktivisties, die sich halt in direkte Gefahr begeben, um wirklich actually Tiere zu befreien und teilt auch solche Aktionen oder macht Pressearbeit dafür. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist immer ein bisschen schwierig, über sowas zu sprechen und sowas an die Öffentlichkeit zu gehen. Und vielleicht ist es dann manchmal besser, sich so ein bisschen bedeckt zu halten und vielleicht nicht in der ersten Podcast-Folge alles rauszuhauen. Aber wir machen bestimmt so eine Podcast-Folge zum Thema direkte Aktionen und werden uns dann nochmal so intensiver damit auseinandersetzen und darauf vorbereiten, was da vielleicht gesagt werden kann und was besser nicht. Das ist ja doch schon ein brisantes Thema auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass hier da alle irgendwie so ein bisschen planlos sind auch, also wie viel wir so teilen wollen. Und zum Beispiel ist ja auch AktivistInnen gibt, die total öffentlich mit ihren Aktionen umgehen, zum Beispiel Pia Kraftfutter oder so, die das halt online stellt, wenn sie eine Massenzucht einbricht oder so. Das ist halt, ja, einfach unterschiedlich. Und glaube ich, gut, wenn wir da heute mal reden. Stimmt, voll. Die nächste Frage ist, wie kann ich denn bei euch mitmachen? Oh, das ist eine tolle Frage. Ich bin ja auch in der AG Neue mit Miffi. Wir kümmern uns darum, dass neue Menschen bei uns hoffentlich voll gut aufgenommen werden und ich kann ja einfach mal so ein bisschen so diesen Prozess erklären, wie das läuft. Also wenn Leute Bock haben, bei uns mitzumachen, dann melden die sich ja bei uns und dann vereinbaren wir mit denen ein Gespräch, um uns einmal so kennenzulernen, um denen so zu erklären, wie unsere Gruppe läuft. Manchmal machen wir auch so Einführungstreffen, wo wir voll professionell eine Präsi haben und so einmal so unsere Gruppenstrukturen alles erklären, damit die Leute halt auch vorbereitet sind, wenn sie zum ersten Plenum kommen. Wir lassen es einfach dabei zu sagen, meldet euch bei uns und dann bekommt ihr alle weiteren Infos und wir geben uns voll Mühe, neue und interessierte Personen so im Einstiegsprozess zu begleiten. Und genau, gibt es noch was zu ergänzen? Ich denke, es ist für uns sehr wichtig, aber bestimmt auch für die Personen, die so dazukommen wollen, dass die schon so mit unserem Selbstverständnis übereinstimmen und dass jetzt keine VerschwörungsideologInnen oder irgendwie Menschen mit anderweitig rechten oder diskriminierenden Gedanken gut denken. Ist eine gute Idee, jetzt mal für den Tierschutz aktiv zu werden. Deswegen probieren wir das dann auch in so den Erstgesprächen oder in den offenen Plenern das nochmal so anzusprechen, was so ein Selbstverständnis ist, was so unsere Ausschlussklausel ist. Und wenn die Menschen aber dann damit auch übereinstimmen und damit okay sind, steht dem eigentlich gar nichts im Wege, dass ihr oder wir, die dann bei uns mitmachen können. Dann habt ihr uns noch gefragt, ob es wieder eine Demo von Aktion Antifa Leipzig und uns zusammen geben wird und dazu so als Ergänzung, unsere letzte Demo gegen Tönnies in Weißenfels haben wir unter anderem mit Aktion Antifa Leipzig organisiert und ich glaube, wir haben bestimmt Interesse an einer weiteren Aktion mit denen zusammen. Ja, voll. Also die nächste Demo in Weißenfels haben wir auch mit Aktion Antifa Leipzig zusammen organisiert, die dann leider nicht stattfinden konnte. Ich glaube, grundsätzlich haben wir voll Bock mit anderen Gruppen, die halt so ein ähnliches Selbstverständnis haben oder sowieso antifaschistisch, feministisch ausgerichtet sind, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns ja auch mit ein paar anderen Gruppen in letzter Zeit connectet und vielleicht kommen auch mal ein paar Menschen zu Besuch, wenn wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Dann sind es nicht nur wie vier, das wäre auch spannend. Voll. Dann kommen wir jetzt schon zu unserer letzten Frage und zwar, ob es Jagdsabotagen bei uns im Umland gibt. Ja, das ist natürlich auch wieder so eine schwierige Frage, weil es um illegalisierte Aktionen gibt und deswegen ist es jetzt auch schwierig, da zu viel zu verraten. Es gibt auf jeden Fall Menschen, die sich auch dafür in potenziell gefährliche Situationen begeben, aber ich glaube, es ist jetzt total die falsche Stelle, irgendwie was anzukündigen oder so. Ich denke, wenn ihr Interesse daran habt, auch bei illegalisierten Aktionen mitzumachen, ist es total wichtig, in den Strukturen reinzukommen und zuerst vielleicht ein bisschen niedrigschwelliger anzufangen, bis man irgendwie die richtigen Leute kennenlernt, wo dann auch mal sowas gehen kann. Aber ich glaube, es ist relativ schwer, da irgendwie einzusteigen, ohne davor unsere Strukturen gewesen zu sein. Die Tierbefreiung, also das Magazin berichtet aber immer mal über solche Aktionen und wenn irgendwie was stattgefunden hat, das ist dann natürlich überregional und es wird halt nicht davor angekündigt, sondern ist dann so im Nachhinein. Aber da sieht man auf jeden Fall dann, was stattgefunden hat und dass es sowas auch im Werkssäge-Umland gibt. Ja, das war dann auch schon die letzte Frage von Instagram. Ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr ganz gespannt und hyped auf die nächste Folge seid. Ihr dürft uns sehr, sehr gerne Vorschläge zu anderen Themen in die Kommentare schreiben. Wir haben ja am Anfang schon so ein bisschen gesagt, welche Themen uns selbst interessieren und worüber wir auch gerne Folgen machen würden. Ja, das sind wir aber auch total offen für mehr Vorschläge und genau. Vielleicht wisst ihr jetzt erstmal so ungefähr, aus welcher Perspektive wir die Themen so beleuchten werden und habt uns als Gruppe so ein bisschen besser kennengelernt und ich denke, dass das vielleicht auch eine ganz gute Voraussetzung ist, um dann wirklich in den nächsten Podcast-Folgen thematisch einzusteigen. Genau, und wir wollen auch gerne mit euch ins Gespräch kommen und freuen uns auf eure weiteren Fragen und Kommentare und so weiter. Vielleicht war die erste Folge heute noch so ein bisschen trocken, weil wir erstmal so ein bisschen noch reinkommen mussten und auch, weil wir eher so organisatorische Fragen beantwortet haben. Wir sind uns sicher, dass die nächsten Folgen auf jeden Fall viel spannender werden, weil wir uns halt mit inhaltlichen Sachen auseinandersetzen wollen, die wir alle auch einfach mega spannend finden und dann wird es bestimmt richtig lebhafte Diskussionen geben. Ja, voll, also wir haben jetzt auch viele Themen einfach nur angeschnitten, die eigentlich ja total interessant sind und worüber man da echt richtig lang sprechen kann. Da werden wir auf manche Themen auf jeden Fall noch spezifischer eingehen. Das war Biteback, der radikale Tierbefreiungspodcast. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.